Dagi! Hi! Hast du dich eingelebt? Ja, ist schon schön, aber ich brauche halt jetzt immer noch einen Job. Jetzt habe ich alles, aber nur keinen Job. Ach, hast du noch keinen Job? Nee. Oh nein, und jetzt? Weiß ich nicht. Das ist alles so ein bisschen kompliziert, weil irgendwie will mich keiner. Auch nicht einmal zur Aushilfe, das ist voll heftig. Deine Welt ist ja so das Moderieren, aber man kann so vieles anderes auf der Bühne machen, also da kriegen wir bestimmt irgendwas anderes hin, denke ich mir mal. Aber was denn? Es gibt so viele Möglichkeiten. Theater, Tanzen, was weiß ich. Ja, stimmt. Und du tanzt doch gerne, oder nicht? Also Dagi, mit dem Tanzen, bei mir zumindest, verbinde ich immer irgendwas Vulgäres, weil das ist so für mich so, nicht von dieser Welt für mich. Du übertreibst Ingrid, wirklich, du siehst gut aus, Topfigur, super Gesicht, du kannst dich doch sehen lassen. Also Kopf hoch, du machst das schon, wir schaffen was, wir finden was und dann packen wir das. Ja, okay. Gut, Dagi, mein, danke, Dagi. Ingrid ist ja eine ganz hübsche, gut aussehende junge Frau und vielleicht ist ja Tanz nicht so die verkehrte Richtung. Mal sehen. Um Ingrid einen Job als Tänzerin zu verschaffen, soll Eventmanager Florian weiterhelfen. Lässt sich der 26-Jährige darauf ein? Hallo, Mensch, schön, dass du da bist. Ich habe gedacht, so ein bisschen Richtung Tanz, da kann ich sie ja ein bisschen unterstützen. Ja, das stimmt. Und da habe ich jetzt so ein bisschen an dich gedacht, dass du eventuell vielleicht irgendwelche Events organisieren könntest, wo wir was mit Tanz machen könnten oder die Ingrid speziell auch. Mhm. Du meinst, ich soll die vermitteln? Genau. Du weißt ja, dass mein Vater immer derjenige ist, der dir sagt ja oder nein. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe die Ingrid im Fitnessstudio getroffen und ich weiß ja, dass sie viele Sachen kann, aber dort hat sie sich so tapsig angestellt, also das war mir unangenehm und peinlich, wie sie sich da aufgeführt hat. Und ich möchte halt keinesfalls riskieren, dass mein Vater oder ich auch irgendwie jetzt blamiert werden von ihr. Ich meine, ich rede gern meinem Vater. Mhm. Ich habe Ingrid gerne eine Chance, ich habe die wirklich lieb und ich habe auch Interesse daran, dass sie einen Job findet. Ja, das ist ja erstmal nur so ein Versuch, also Richtung Tanz. Ich würde auch ein bisschen mit ihr trainieren. Also ich finde es bewundernswert, dass die Dagi Ingrid so auch powert. Die Dagi ist eine Powerfrau und wenn Ingrid da Spaß hat, was ich vermute, dass sie mit der Dagi hat, dann ist das klasse und dann zieht Ingrid das durch. Dann werde ich meinen Vater mal anhauen und ich denke schon, dass das klappt, ja. Ja, cool. Also ich gebe dir mein Versprechen, ich werde mit der Ingrid trainieren und dann danke ich dir auf jeden Fall und wir telefonieren würde ich sagen, oder? Alles klar, komm her. Ja, cool. Also Ingrid hat jetzt die Verantwortung, die Dagi auch, die müssen das jetzt durchziehen, die müssen gut sein, weil sonst haben mein Vater und ich ein Problem, dass die Veranstaltung gefloppt ist, zumindest der Bühnen-Act, ja. Und da hoffe ich jetzt auf die Kompetenz von Dagi und von Ingrid, dass sie es beide hundertprozentig durchziehen, wie sie es mir zugesichert haben. Dagi ist zuversichtlich. Sie glaubt zu wissen, wo Ingrids Talente liegen. Ingrid, ich habe heute eine Überraschung für dich. Ja, also dafür habe ich etwas mitgebracht. Also ich habe mal gespannt. Ta-ta-ta-ta, eine Augenbinde. Ach du liebe Güte, Dagi, was machst du denn mit mir? Ja, das ist eine Überraschung, vertrau mir. Okay, ich freue mich, danke. Jetzt schon drauf? Ja. Aber meine Wimpern? Ach, da passiert schon nichts. Ja, okay. Okay. Aber vorsichtig, warte. Du packst vorne halten? Ja, genau, aber vorsichtig. Ja. Weißt du, weil sonst wappen die wieder woanders. Ja. Ich dachte mir so, hm, cool. Aber irgendwie war ich auch so ein bisschen skeptisch. Weil schließlich hat man ja nicht gerne die Augen geschlossen. Und dann dachte ich mir, was kommt denn auf mich zu? Aber bitte sei vorsichtig, nicht in den Füchse latschen. Nein, vertrau mir. Okay. Ich habe mir ja was mit Pole-Dancing überlegt, dass ich mit der Ingrid da zusammen hingehe. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagiert und freue mich auch schon darauf. Aber ein bisschen Angst habe ich schon, dass sie vielleicht ein bisschen extremer reagieren könnte. Ich nehme jetzt die Maske ab, okay? Okay. Warte. Siehst du was? Bei den Augen, ja. Und? Wir sind hier beim Pole-Dancing. Wie bitte? Beim Pole-Dancing. Dagi, du weißt, ich habe dich lieb, aber das taugt mir überhaupt nicht. Ich war so geschockt, ich dachte mir, Dagi, was hast du da vor? Aber das macht Spaß. Dagi, ich bin doch keine Stangenschlampe. Also ich dachte mir, du spinnst doch wohl. Nee, Dagi, das taugt mir überhaupt nicht. Ingrid! Nein! Ingrid, nein! Ingrid, komm zurück! Ich muss sagen, ich war von Dagi total entsetzt und enttäuscht. Weil ich mir dachte, sie kennt mich doch. Warte doch mal! Nein, Dagi, bitte! Warte doch mal! Dagi, du weißt, ich mag dich, aber das taugt mir nicht. Ich will doch keine Nuppenstange, Frau. Aber ich würde dir doch keinen Mist jetzt hier an drehen, mal ganz ehrlich, oder? Du kennst mich doch, oder? Ja, Dagi, ich kenn dich, aber was soll ich... Ich kann doch nicht mich an der Stange regeln. Beruhig dich. Bitte beruhig dich. Ich will doch mit sowas nicht mein Geld verdienen. Entschuldigung. Beruhig dich. Ich hatte die Schnauze gestrichen voll von dieser ganzen Diskussion. Und bevor ich noch persönlich werde, hab ich mir gedacht, geh ich lieber nach Hause und unsere Wege trennen sich für diesen Abend erst mal. Beruhig dich, Ingrid. Was ist so verkehrt daran? Das können andere Mädels machen. Ich reg mich doch nicht an der Stange, Dagi. So ganz verstanden habe ich jetzt nicht, dass die Ingrid da so ein bisschen ausgetickt ist. Weil sowas Anrühchiges ist es ja nicht dabei eigentlich. Man muss sich doch nicht unter so eine komische Art und Weise verkaufen. Ingrid, bitte, jetzt komm mal bitte wieder runter. Das ist etwas Sportliches, da gibt es heutzutage sogar Weltkämpfe von. Das ist nichts Erotisches. Voll erotisch, Dagi. Wenn ich Frauen an der Stange sehe, dann ist es für mich meiner Meinung nach billig. Überhaupt nicht. Voll, voll. Nein, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Aber es ist total unter meiner Würde. Ach Ingrid, ich wollte dir eine Überraschung machen, du reagierst so. Ich wollte dir helfen und ich möchte dir immer noch helfen. Du suchst doch einen Job, oder nicht? Es ist nicht so. Ja, aber doch nicht als Stallentanzschlampe. Nein. Guck mal, wir probieren einfach Sachen aus und das ist nichts irgendwie anzügliches. Und bitte vertrau mir und das ist eine Chance für dich und wir können die nutzen. Und hier in Köln geht so viel ab und mit Feiern und Party. Nutz deinen Körper aus, du kannst dich so nur hocharbeiten. Also wirklich, versuch es doch wenigstens. Versuch es ist wert. Dagi, aber so kommt mir das vor, als muss ich mich irgendwo hochschlafen. Sowas würde ich nie im Leben machen. Bitte vertrau mir einfach. Ich würde dir keinen Mist hier anbringen. Wirklich. Glaub mir, wir werden so viel Spaß haben und nachher wirst du mir danken. Aber Dagi. Und das ist deine Chance, weiterzukommen. Vielleicht kriegst du doch die Megatanzkarriere. Wieso, in so einem Videoclip oder so? Wer weiß. Ja, aber eigentlich bin ich nicht dafür da, um meinen Arsch irgendwo rumzureckeln. Ja, okay, dann vertraue ich dir. Aber Dagi. Oh, taugt mir nicht. Komm, wir schaffen das. Ingrid lässt sich schließlich doch überzeugen. An der Seite von Freundin Dagi fühlt sich die 25-Jährige in guten Händen. Doch das sexy Räkeln an der Stange erweist sich als anspruchsvolle Sportart. Damit hat Ingrid nicht gerechnet. Oh. Es ist so angenehm, dich anzusehen. Wie wunderschön du dich bewegst. Ich halte mich fest, du lässt dich gehen. Sowas hat die Worte auch nie gesehen. Oh. Jetzt? Okay. Ich verstehe dich. Lächeln zum Spiegel. Oh. 1, 2, 3. Oh. 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 Du brauchst gar keinen Kraft dafür. Du legst auf meinen Arm. Oh, danke. Die war sehr unsportlich, muss ich ehrlich sagen. Die hat auch nicht richtig probiert. Ja, die Ingrid, liebe Ingrid, ist ja so ein bisschen tollpatschig manchmal. Und mit der Stange, das war auch schon ein bisschen lustig und amüsant. Ingrid kann nicht schon wieder patzen. Um Geld zu verdienen, muss sie arbeiten. Komm mal, was wolle. Also, Daggi, ich sag dir, das ist nichts für mich mit der Stange. Mach doch einmal erst mal. Das tut mir schon weh. Allein du, wenn ich das dir gesagt habe. Versuch's doch wenigstens einmal. Ja, aber was soll ich denn machen? So. Oder einfach nur mal so. Guck mal, nimm den Arm hier. Und in den Arm. Aua, meine Haxen. Ingrid ist unsportlich. Ich muss sagen, dass die Ingrid ein bisschen zu faul ist und hat nicht unbedingt alles mitgemacht. Scheiß drauf. Okay, dann tanzen wir einfach mal jetzt ein bisschen, okay? Ich zeig dir ein paar Basics. Beine auseinander. Schau in den Spiegel bitte. Augen öffnen. Ausstrahlung. Brust raus, Bauch einziehen. Und einmal Hüfte. Nicht so steif. Locker. Zack. Komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Nicht so gelangweilt, ey. Bin ich? Voll. Echt? Voll. Entschuldigung. Die Ingrid muss man immer so ein bisschen motivieren, damit man sie hier so ein bisschen ... Na einmal taka taka, dann geht das eigentlich ganz schnell. Also ein bisschen Motivation brauchst du immer so. Dagi bleibt hartnäckig. Schließlich hat sie Florian versprochen, der gemeinsamen Freundin das Tanzen beizubringen. Sonst sieht es schlecht aus mit dem Job. Teil up the floor, bring the sun. Come on, let's twist it, yeah. Florian, also ehrlich gesagt, ich bin wirklich voll aufgeregt gerade. Weil ich ... Was hast du denn vor? Ich habe total Angst. Magst du mir etwa die Freundschaft kündigen? Bitte nicht. Wenn Florian mir die Freundschaft kündigen würde, wäre das für mich ein totaler Untergang. Und die größte Tragödie, die mir im Moment geschehen könnte. Bist du verrückt? Warum soll ich dir die Freundschaft kündigen? Ich habe dich so lieb, Ingrid. Ich habe da ein Event, Ingrid. Und ... Ich habe da einen Job. Weißt du auch für wen? Nö, für wen denn? Ja, für dich. Mich? Das sollst du machen. Du sollst die Chance bekommen, das Event mitzugestalten. Also Florian, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dachte ich mir. Und ich so, nee. Also dieser ... Dieser Kerl, also in dem stecken immer wieder und immer wieder Wunder. Musst du gut machen. Hast verstanden das für dich. Meinst du das gerade wirklich ernst? Ich meine das ernst. Florian, du bist verrückt! Mein Schatz! Dann war ich so glücklich darüber, dass zum einen die Freundschaft nicht in die Brüche ging und zum anderen, dass er mir wieder meinem Glück ein bisschen näher gegangen ist. Ja, wir nehmen den ernst. Das gehört mit Vaters auch dabei. Wenn du da wieder so einen auf ... Hans Guck in die Luft machst, dann ist nichts los mit dem. Das war's da in Köln. Nee, ich werde mich auf jeden Fall total bemühen. Kurz vor ihrem ersten Auftritt in einer Kölner Diskothek steigt der Druck bei der 25-jährigen Ingrid. Das Event hat Freund Florian gemeinsam mit seinem Vater Arnold organisiert. Die Erwartungen sind groß. Ingrids Auftritt rückt immer näher. Kann sie ihre Freunde und das Publikum von ihrem Talent überzeugen? Also mein Vater und ich hatten erst Bedenken, wie es abgehen wird. Dieses Mal muss ich auf jeden Fall versuchen, alles richtig zu machen, weil ich möchte Florian schließlich nicht schon zum zehntausendsten Mal enttäuschen. Darum hoffe ich, dass mir alles gelingen wird. Ja, 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 ja. Diamond, diamond, diamond. Diamond, diamond, diamond. Diamond, diamond. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Alle Hände hoch. Hände hoch. Alle Hände hoch. Hände hoch. Alle Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Die Bühne und die Show gefällt mir wirklich sehr gut. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Das hast du schön gemacht. Danke. Danke, geil. Das hast du gut gemacht. Du hast mich nicht enttäuscht, wenn du da auch nicht. Bleib am Ball, mach bitte weiter so. Das ist dein Ding, in der Öffentlichkeit zu stehen. Du gehörst zu vielen Leuten. Ich habe heute wieder gemerkt, was die Bühne richtig meint. Wir hören die Bühne. Ja. Wenn ich liebe mein Leben, ich nehme mich mit.